So, guten Morgen. Schaut mal wie die Sonne aufgeht. Unglaublich, super geschlafen. Jetzt werde ich mir das Küschkindl vom Joachim Binder vornehmen. Nämlich ein Kamin-Scheibenreiniger. Aber bevor wir das dünnen, dünnen, dünnen wir mal putzen, ein bisschen. Gut, dass wir das nur zum Spaß machen und nicht, wie heißt es, heizen müssen. Die Kinder im Altbau drüben müssen noch ofen heizen, dass sie es richtig schön warm haben. Ja, dann gucken wir mal, wie das tut. So Leute, der Glen und ich, wobei es mir die scheiß Brille wird, so Leute, der Glen und ich fahren jetzt nach Scheißdreck, keine Ahnung, zum Leuchtturm, na zum Aussichtsturm. Wir werden da ein bisschen die Aussicht genießen, mit der Drohne fliegen, ein bisschen Männerzeit verbringen miteinander. Verreckt, jetzt habe ich die scheiß Brille vergessen. Das ist dann die Stuhleiten, gerade ziemlich scharf auf, ihr hört es am Motor. So. 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 So Leute, da schaut es euch an, wo der Glen und ich sind. Schaut jetzt nicht so wirklich spektakulär aus, aber wenn ihr mal nachdenkt, ist es schon relativ unheimlich, oder? so. 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 Musik 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 Das ist mit meiner Höhenangst Und das ist gut Oh voll Ja Leute Jetzt werden wir uns da wieder runterhangeln Der Pupp und ich Aber schaut euch mal die Aussicht an Na ist doch wirklich schön da Also das ist schon Das sind die Highlights die ich genieße wenn ich da herkomme Es ist ein Vorarlberg auch super Schön ich liebe unsere Wohnung Es ist alles super Aber da ist einfach so Instant Urnach Die haben sie im Monat 1.000 Euro gekostet Ungefähr ein Raten für das Haus Aber okay Eben übernimmt der Junior wenn er Super reich ist In der Zwischenzeit übernimmt die Kosten Aber schaut euch das an Ist doch einfach schön Jetzt bin ich gespannt ob das Helibet vergisst Nein er hat das Helibet doch nicht vergessen Ich würde das nicht gewendet haben Jetzt fahren wir noch Richtung Friedhof Stellen das Auto abfliegen Dort noch ein Runde Dass wir noch ein paar schöne Luftaufnahmen haben Wir haben da Der sieht Die Schweine Ja 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 Ich Essende Ja Ja Heute schaut, was wir gefunden haben in Wörterberg. Ein Streifen von Gorsam und Pferdler. Mehr Sauer. Die Löwen sind gerade hinten ums Eck gegangen. Die haben wir jetzt verpasst. Wir haben gerade drei Hasen gefressen. Weißt du, Schätzchen? Schönen guten Hasen. Und Sauerlein haben wir auch gesehen. Was sieht du denn? Was sieht du denn? Was sieht du denn? Die Rösel habt ihr mal ein bisschen in der Weihnachtsgüttel gelegt. Der Hund hat mir erst den Finger abgewiesen. Scheiße, mach doch doch. Das ist nicht zu nah, wenn man sich auf dem Arbeiter sitzt. Pfff. D gitti? Das muss man sich auf dem Arbeiter ist. Das ist nicht so schön. Das ist eine schöne aluminium. Drei. Drei. Bis zum nächsten Mal.